hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde hier zu einem weiteren kleinen teil transport wie was diesen fünf jahren wie es vielleicht schon hört ich bin krank mich hat das irgendwie ziemlich erwischt ich weiß nicht ob es eine leichte lebensmittelvergiftung ist aber das seit freitag seitdem ich beim chinesen essen war und seitdem sind sie ja nicht nur noch pausenlos auf dem klo magenkrämpfe und wir wollen es nicht weiter erläutern ja ich habe dann hier noch ein wenig die nebenbahn fertig gebaut das letzte mal das spiel abgeschmiert gut ich konnte ich kann mir weil ich konzentrieren und da sitzen kann ich auch nicht so lange ja das soviel dazu ich habe eine teile ist gemacht das kommt jetzt hier hinter und dann möchte ich noch einen kleinen tipp geben zu dieser plattform hier was hierhin kommt es wurde gesagt dass es ein golfplatz sein kann nein das ist leider nicht hat nichts mit golf sport oder so zu tun ein kleiner tipp man braucht unter anderem auch das für diesen sport also wir sollen noch ein bisschen noch ein bisschen sport hat es handelt sich auch noch um eine sportart man brauche das also wer vielleicht darauf kommt könnt ihr meine kommentare schreiben ja ansonsten ich habe jetzt mal versucht dass in 2k hier aufzunehmen in 2560 x 1440 er kommt um ein schnittprogramm das überhaupt nicht kriegt ich habe einfach mal so aufgenommen mal gucken wie das so wird und ich nehme so bald wieder folgen auch sobald ich mir wieder besser fühle tut mir leid und ich wünsche euch noch schönen montag und hoffe ihr seid alle gesund ist dahin und viel spaß jetzt mit der time apps so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020